Oh, je, ist Gold 3. Ich glaube, er spielt auf dem Gameboy. Ach nee, jetzt fängt es auch mal an mit Lernen. Ja, die spielt auf dem Gameboy, ich hoffe eine Kartoffel. Er hat letztens in eine Fußballgruppe in WhatsApp eine PC-Spezifikation reingepostet. Er hat einfach ein Bild von einem Toaster geschickt. Er wusste ja auch Bescheid, was er mit dem Rechter machen kann und was nicht. Er hat auch ernsthaft gemeint, dass ich glaube, das waren so ein 350 oder 400 Euro Rechner halt und damit wollte er halt maximalen Details und so weiter spielen von aktuellen Spielen. Das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit, das geht gar nicht. Naja, CSGO ist auch noch aktuell. Ja, aber ich glaube, da wird schon ein bisschen was anderes spielen, aber... Na, ich glaube nicht, dass so ein Spiel wie Dark Souls drauflaufen werden. Na, Dark Souls 1 vielleicht schon. Aber ich glaube, selbst bei 2 haben die Probleme. Ich glaube, letztens sogar gequatscht, Kevin, oder? Dass Dark Souls doch irgendeine Remastered-Version rauskommt, damit ich die kaufen oder sowas. Ja, Dark Souls 1 bekommt eine Remastered-Version. Also ich bestimmt nicht. Warum nicht? Der Dark Souls immer noch ein beschissenes Spiel ist. Hat da jemand einen Rage-Anfall? Wenn du bei Google eingibst, die 10 schwersten Computerspiele der Welt da, ich glaube, das ist auf 1 bis 5 oder sowas. Das ist halt Schwachsinn. Ich verstehe den Highfall. Ich weiß, du kannst auch Tetris auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen, und dann schafft es, dass kein Mensch der Welt. Ja. Aber da ist es geil. Das Ding ist, Dark Souls ist was anderes als so ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht schon, ja. Das Ding ist, es macht Fun, indem du rafest. Das ist mega komisch. Niemand kann das wirklich erklären. Dark Souls war mein erstes Let's Play und nach 25 Folgen habe ich es abgebrochen. Weißt du, es ist ja gar nicht mal, dass es schwer ist. Das ist ja nicht das Thema, was mich genervt hat. Wenn du dann einmal gestorben bist, musst du 10.000 Kilometer wieder rumlaufen. Naja. Ja, das ist je nachdem, wo du gestorben bist. Ich weiß noch, da wo ich so am abkürzend war, das war am Anfang, bei diesem Ochsendämon da. Ja. Das war doch der Anfangsboss von Dark Souls 1. Ja, und wenn du da gestorben bist, musstest du halt echt 10.000 Kilometer wieder zu dem hinlaufen. Ja, aber ich fand es ging eigentlich, dass du ja schon so massig Seelen hattest und dann gestorben bist, dann war es schlimm. Null. Die Caitlyn stellt sich an wie, ich glaube, schlecht ist die Cait, wo ich gesehen habe. Du hast ja noch nicht einmal versucht auszuweichen. Ich bin auf dem Weg nach oben. Ich bin auf dem Weg nach oben. Nur, boah, jetzt haben wir wieder richtige Probleme Die einzige, die im Moment Probleme hat, Trishige, ist, ähm, die Irelia jetzt Die hat Irelia komplett ruiniert Judo, du magst mir nicht zuträgtes Schild geben, oder? Dann versuche ich die nämlich zu One-Shot, ne? Okay, musst du sagen, wenn du doch endest Hm, wenn die mal dumm steht, ich sag einfach nicht Also, ich bin auch aufm Weg nach unten Ja, dann lauf gleich rein, Kevin Ja, lauf, lauf, lauf rein, die wollen Lauf einfach rein Okay, das habe ich scheiße geplayt Oh, das habe ich scheiße geplayt Oh, ich hatte meinen kleinen Spätermanns an Ich hatte meinen kleinen Spätermanns an Oder Das ist ehrlich, da hatte ich meinen kleinen Spätermanns an Ja, 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 ist missing Boah, ist mein Kampf scheiße gerade Ja, ich habe aber auch nicht so viel mehr an den Spätermanns an Guuuuts Hat dort alles rausgehauen Also Heal ist auf jeden Fall raus Aber das Flash war auch raus, gell Glaub ich Jetzt flasches ein bisschen, weiß nicht Hm, aber der spielt relativ offensiv Aber das ist ganz okay an Ja, wer hat das jetzt noch nichts gehockt Außer 2 von Minions? Nee Oh, damn Sollte das aufhören Hm Nächsten Minion? Ja, ich stand aber halt auch voll dahinter Ja, das meine ich damit, das ist irgendwie komisch Meistere dich selbst Meistere den Gegner Ja Naja Also ich habe meine Lander jetzt komplett kombiniert Ich habe es irgendwie hingekriegt Egal Gott fehlt, keine Ahnung Die Räder fehlt auch Die machen wahrscheinlich Drake oder so Mhm, ja Seht du das jetzt schon wieder? Ich verstehe es immer nicht Das hast du auch gesehen, oder? Er hat, er hat einfach volle kannes Minion gecrafted Ja Der war echt Kilometer weit von uns beiden weggekommen Ja Achtung, ich rede ja Mitte Ich habe es 10 mal gepinkt Ich habe es 10 mal gepinkt Oh, der kommt dann noch Aufspot Ups, sorry Ja, egal Ja, lass die reinpusten Das ist okay Genau 1, 3 Loll Unl Unsichtbar Lull Unsichtbar Ja, der Yi ist ja auch dumm gewesen, oder? Der hat ja nichts mehr am Leben eigentlich Ja, und vor allem gegen die Lulu dann den Polymorph abgreifen Ja vor allem, ich habe halt, weiß ich noch alles ready Also Ist jetzt nicht so Bis auf Ulti Also Ich weiß nicht, ist das überhaupt Level 6 der Typ? Ja, 6 ist so, aber Der hat ja vielleicht Wie viel hatte der noch? 20% Leben oder so Man rennt da gegen 2 Leute rein Und das war der Goldspieler, oder was? Ja, scheinbar Gerade nicht verstanden, warum er das gemacht hat Bei ihm habe ich jetzt einen Buse, ich hätte das Oh, kann viel Spaß dann Achtung, hier Bist du runter, T-Man? JP runter Ciao Böö, motherfucker Jogger Oho, der hat auch nochmal gefreut Nee, das gibt's ja nicht Äh, der Dings hat nix mehr Kellen, ja Egal Du kannst ruhig ein bisschen mehr pushen, dann krieg ich Powerhits und meine Könnt' ich gar nicht mit pushen, also ist kein Team Da krieg ich vielleicht noch n Last in mir Naja, weiß Nop, alter Alter, nervt die Redia Ja Ja Kann man nachher fern Ja, ich glaub 1 in 1 solltest du nicht gegen die Dealen oder irgendwie mehr Nee, ich hab's auch nicht Ich hab's auch nicht Ja, da kommt er je noch Ich hab versucht da jetzt wegzulaufen von der Und ja Ist jetzt auch nicht gebracht Danke Bitte Kommt ihr weg? Ja Ich hab halt flashen müssen, um Lulu zu retten, aber ist Zeug Ah, ich halte das, glaub kurz Problem, dass wir schwank Außer, Kevin, du gehst hier in den Push rein, aber kann sein, dass er noch geworden ist, aber ich weiß es nicht Oh Gott Mana und cooldown Geh, in der Mitte Ja Noll Idiot Das ist Ja, Kevin, du machst das, komm Kotz, kotz, kotz Ja Kein Support mehr Ich hab leider keinen Dings mehr Nee, ich hab keinen Dings mehr Nee, ich hab keinen Dings mehr Geht doch Hui Neee Kack mal live, ey Was hat die noch überlebt? Ach du kacke, ey Wenn du oben tauschen willst, sagst, gell? Nee, nee, kein Problem Na ich glaub, Runden schaffst du auch gegen Hih Oh Es ist halt nur ein bisschen bad, dass ich das gerade überlebt hab noch Er hat hier ja Stun gewastet, dass er das eins auf die Workshipping nicht machen kann Ich mein, was will denn hier anders machen? Autotacks auf mich? Ja, stimmt schon Oh, Trash, sorry Ich glaub, der hat schon keinen Bock mehr auf Bot Ja, lass einfach reinpushen, scheiß drauf Wenn ich socken würde gewirr, hätte ich auch keinen Bock auf Bot Irelia missing Irelia, ja Oh, sie ist halt gut Ja, dann lass das, kriegt der Fresh auch noch Hehehe Der erste Pilz ist hier reingelaufen Achtung, der Yi ist bei euch unten Dann nehmen wir auch noch mit, wenn es rein muss Der Yi kommt hier, Fresh auch Wenn die hochkommt, den Fluss holen wir uns Naja, so mich Willkommen, Drake Ja, dann machen wir das nicht Jetzt wollen wir schon mal Gert stehen Oh, wie hat mich getaubt, halt gerade Easy The fuck Halt, wenn ihr hier Stun trillt, bin ich geliefert Das ist... Ein Problem Ich muss bis hier in den Jungle gehen auf Bord, damit wir die nochmal killen können, falls die kommen. Irelia ist in deinem Jungle. Alles gut, wenn die kommt, dann machst du es nicht, machen die kalt. Ja hier ist die. Hier ist Irelia. Ich bin raus. Erster Pilz. Oh. Das sind alle. Guck. Ja. Ja, der Bot ist halt die ganze Zeit weg. Oh je, je, je. So oft geht. Oh je, 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 je. Ich glaub das langt nicht mehr. Ach Gott. Ach Gott. Ich hab die ganze Zeit weg. Ja. Ich hab Notfalls auch TP. Ah, der Golddinger will mich holen. Hast du noch Ulti, Dulu? Ne, mich sicher doch nicht, wegen Kit Ulti. Achtung der Nass. Passt mal auf Nass, wenn er reingeht, du bist ja auch mit. Genau, auf dem Weg. Wir wollen hier nicht rein. Ich hab Ulti noch ab. Komm, wir gehen jetzt rein. Ah, Mist. Wir haben ja einfach Red Buff und dein Jungle und gutes. Ich muss mal shoppen gehen. Jo. Das ist sicher. Wir haben uns auf die Seite. Ah, fuck off. Die war hin zu mir, ja. Ah, du dumme Buche. Wie ist das meine Ulti nicht ausgelöst? Ne. Ah, egal. Dann hast du's zerfetzt. Ja. Und den nächsten auch gleich. Das soll einfach den Dings machen. Schade, dass meine Ulti nicht ausgelöst hat, ey. Mhm. Wollen wir halt dann die Toplane haben? Weil ich kann überhaupt nichts gegen die machen. Die stumpt mich sofort und tot dem eigentlich instant. Wenn ich gestunt bin. Ja, mach doch einfach einen kleinen Swap, Laneswap oder so. Wir können gern, durch kein Problem. Kann ich auch gern auf Bot gehen. Aber ich glaube, erst einmal in der Mitte. Ja. Ja. Ich könnte einfach Permaboard-Maus spielen. Und einfach irgendwo hinstellen. Go. Ihr habt die Sicht. Naja. Ja. Das ist ein Arsch. Bin ich nicht. Ja, gut. Das war ein bisschen blöd. Hm. Katie spielt, als wäre die. Anfänger. Hui. So. Wollen wir mal in den Gaten Ocean Jungle, die das Leben zur Hölle machen. Auf Bot hättest auch ein bisschen Farmer. Ja. Aber ich will erstmal irgendwie ein bisschen nerven. Im Jungle. Nummer 1 Ziel. Ad. Da sind Angst. Na guck mal wer da nach Le Sandy kommt. Ich muss mal kennen, auf den, auf den. Das scheiße Rail, da müssen wir halt dichter aufpassen. Ich bin auf den Yi gegangen, vielleicht war das falsch. Vielleicht doch auf... Ich hab zwar 539, aber ich falle dann langsam ab. Ja, war vielleicht falsch auf den Yi zu gehen, ich weiß es nicht. Also wir müssen nur nachher aufpassen, dass die dich halt nicht kriegt. Jaja. Selbst wenn ihr mich kriegt, Julu Ulti regelt dann den Rest wieder, also... Jetzt schwecken kommt bald. Ja. So, ich schwecke dir meinen Drake ab. Secure-Linst, ja. Den gehen wir schnell machen, ganz ehrlich. Gehen wir wegst du dich zum Drake, oder? Naja, ich bin noch weg. Aber jetzt du da bist. Merkensinnig. Oh nein. Oh nein. Was war das? Hier kommt die, hier kommt die Caitlyn. Ja. Ja, aber die ist eh raus. Ich geh mal schnell auf Bot, oder? Ja. Timo will T, Timo geht du Bot, komm. Ja. Timo-Pills braucht nix mehr. Irgendwann soll der dann auch top, weil... Ah, hier ist die Redia. ... ... hooo ... ... Ich hab's nicht mehr gebraucht. Ich hab's nicht mehr gebraucht. Hallo, die Ulti! Ist das dein Ernst? Das drasht. Na Kevin, nicht da. Naja. Lebensmüde bin ich nicht. Oh, Bot ist halt echt fetter Form. Ja, sieht echt top aus gerne. Ja. Entschuldigung den Turret hier. Alter, geht der auf meine Lili. Ich glaube es geht los. Alter, das geht schnell. Das geht schnell. Lee ist gerade oben. Das heißt, es sind noch mal eine weniger. Ja. Kann ja sein, dass er jetzt wieder da ist. Ich habe nicht mal so viel Mana, um zu sein. Außer wir machen den Flu von denen. Ja. Guck mal, ob ich den krieg. Der Blue ist auf jeden Fall schon abgewardet. Ein bisschen. Oh nein. NICHT meine ADC. Oh, ich glaube echt rein gegen Q. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Energie mehr. Spielkorn geht top. Ich habe keine Energie um hinzuspringen. Hehehe. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal echt den Tower hier holen. Weil sonst... Und den Inhip auch gleich. Ja, hook mich ruhig weiter. Ja komm. Ja. Ach, fang mal. Naja, ich kann es dann jetzt nicht machen außer Autotext. Lauf raus, Marvin. Das krieg ich schon hin. Nein, jetzt schließt da nicht noch einen. Ja. Ja, du kannst schon ein bisschen poken, aber... Ich will mal. Oh. 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 Kalten ist... Oh. Ne, wir werden schon mal. Hier, Blue. Hehehe. Ich bin da schön die unteren drei Lanes. 0-4, 0-4, 0-4. Hehehe. Hehehe. Oh. 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 Haben die mit Bermit angefangen? Na, glaub nicht. Und die Streiner mit, glaub ich kann mal hinfahren. Nee, nee, ist gut. Weil Irena war die ganze Zeit weg mit die... Oh, Achtung, die fighten! Null! Na, passiert. Der im Fokus. Nein, ich stand hier und keiner ist auf mich losgegangen. Sorry Jungs, aber ich musste da jetzt einfach reingehen, ich hab vier mit meine Ulti weggekickt. Stand so dumm auf einem Haufen. Ja, und dann gehen die auf große Tanks, ich hab's auch nicht verstanden. Ich dachte auch, ja. Schön auch in diese Bubble von Nasus am fighten. Ja, und das sieht nicht so aus. Ich hoffe, ich hab's nie zu schयen. Ich bin seit 12 Jahren in der Nummer. Ja, ich hab's nicht verstanden. Schönen doppelt... Ach, ich müsste ich...